cap for free tech talk ein podcast angebot der plattform cap for free hallo und herzlich willkommen zum podcast technik talk von cap for free am mikrofon für euch heute mal einzeln der jeffrey und ich möchte euch heute etwas geiles zeigen und zwar war ich heute in dresden im apple store und habe mir das iphone 7 plus 256 gigabyte modell gekauft nachdem ich mein altes iphone was heißt alt 6s plus 64 gigabyte in verkauf gegeben habe also apple recycelt ja die geräte entschuldigt habe mein aufnahmegerät nur hingelegt und da kann man wenn man glück hat eben noch ein bisschen geld rausschlagen und normalerweise kostet ja dieses fette vieh 1119 euro aufgrund des riesigen speichers ich habe es übrigens in der farbe matt schwarz es gibt bei dem iphone 7 schrägstrich 7 plus gibt es unterschiedliche farbmodelle und unterschiedliche speichergrößen dazu erzähle ich jetzt kurz was bevor ich euch die verpackung erkläre den inhalt das iphone selber habe ich im apple store schon eingerichtet die einrichtung unterscheidet sich gleich vorweg zu nehmen nicht von den anderen iphones der home button dazu komme ich auch nachher ist weiterhin wirklich gut zugänglich obwohl es nur noch ein reiner touch knopf ist ja aber apple hat sich da natürlich sonst wäre es nicht apple muss ich sagen es klingt vielleicht ein bisschen so als würde ich apple sehr vergöttern in gewisser weise tue ich es auch aber naja ihr kennt das bestimmt wenn so ein apple freak da einmal loslegt dann ist er kaum zu begrenzen ja also trotz dass es eine touch home taste ist ist sie 100 prozent für uns bedienbar hat sogar naja wie gesagt dazu komme ich nachher komme ich erstmal zu den farbvarianten es gibt die iphones in verschiedenen farben das iphone 7 und das iphone 7 plus das gibt es in rose gold oder rose gold gold dann gibt es in der normalen farbe gold und dann gibt es das in matt schwarz dieses ähm spatzengrau oder space grau wie spricht man es auf englisch ich kann kein englisch tut mir wirklich leid space grau sag wie ich mal gesagt ähm also also dieses spatzengrau ähm gab das gibt es nicht mehr stattdessen gibt es das iphone jetzt in matt schwarz und was ganz neu ist ähm das ist ähm diamant schwarz das ding ist so schwarz da erkennt man wirklich gar nichts mehr weder die antennen die jetzt oben angebaut sind statt an den hinterseiten ähm man erkennt da wirklich gar nichts mehr so schwarz ist das ding allerdings ist es auch leider sehr kratzeranfällig die oberfläche weil das irgendwie neunmal poliert wurde und ähm das irgendwie ein anderer lack ist irgendwie eloxiert glaube ich haben die das nennt man das ja und dieses äh diamant schwarz gibt es auch nur in zwei speicher varianten und zwar 128 giga und 256 gigabyte der unterschied vom iphone 7 zum iphone 7 plus ist es gibt zwei merkmale das ist ein äh ein 5 oh ich hätte es doch ich hätte es mir behalten sollen äh 4,7 hat glaube ich das iphone 7 und das iphone 7 plus ähm 5,5 glaube ich war es genau 5,5 und das iphone 7 plus hat zudem noch eine dual kamera ihr kennt ja die kameras beim iphone 6 schrägstrich 6s schrägstrich 6 schrägstrich 6 schrägstrich 6 plus und 6s plus um nicht zu vergessen das war eine kleine runde kameralinse auf der rechten oberen hinteren geräte seite und gleich daneben links so ein kleines löchlein ist so ein led blitz so und hier bei dem iphone 7 plus nur beim 7 plus das gibt es nur beim 7 plus beim sieben gibt es das nicht da ist noch die alte kamera also diese runde linse verbaut hier ist eine etwas breitere linse beziehungsweise ein breiteres glas eingebaut worden das ist länglich zieht sie von rechts nach links ungefähr ja wie 23 21 22 cm breit ist die kamera schätzungsweise es ist eine dual kamera die demnächst auch noch tiefenschärfe können soll also für sehende wahrscheinlich auch sehr interessant und ja das sind so die beiden hauptmerkmale das iphone 7 plus ansonsten ähneln die sich von der software her ist alles gleich geblieben von der bedienung her und wer ein kleineres iphone mag der soll doch zum iphone 7 greifen was auch eine gute wahl ist der prozessor ist nochmal schneller geworden die taktfrequenz habe ich jetzt nicht im kopf ich habe dazu noch nicht so wirklich viel gelesen ich habe es einfach auf blauen dunst muss ich sagen gekauft ich war im apple store mit einer guten bekannten und ähm die hat sich das iphone 7 geholt und ich dachte du kannst nicht ohne iphone aus dem laden das geht nicht das fühlt sich apple beleidigt ja und da habe ich gefragt was gibt ihr denn noch für meinen iphone 6s plus 64 gigabyte da geben wir ihnen 370 euro und da habe ich gedacht ach komm schlägst du zu holst du dir mal das fette iphone mit diesem fetten speicher und ich habe es nicht bereut ja doch ähm normalerweise kennt man es ja von mir wer meine eigenen podcasts auf meiner homepage hört ähm der kennt das ja eigentlich so dass ich mir ein gerät kaufe und das komplett von anfang bis ende vorstelle also auspacken und das mache ich auch jetzt ich habe den verpackungsinhalt so gelassen wie er ist und ähm wie gesagt das iphone habe ich im apple store eingerichtet und ich muss sagen leute das ist eine übelst geile atmosphäre es ist zwar sehr laut vor allem wenn alle verrückten die wir iphones haben wollen vor allem noch wenn die neu sind ich saß an einem tisch mit mindestens vier weiteren leuten die ihre iphones ausgepackt haben die haben ähm ihre backups runtergeladen da hat man kostenloses offenes wlan vom apple store selber angeboten und man kann da wirklich das habe ich heute gemacht ich bin einen halben tag war ich in dem store also in der altmarktgalerie in dresden ähm die kommen ab und zu vorbei wenn die merken du bist mit deinem iphone so verschmolzen dann lassen sie dich auch in ruhe fragen ab und zu mal nach so alle 10 15 minuten kommt da jemand vorbei und jeffrey alles ok da kennt man nur die vornamen ähm ich hatte den peter also so hieß der der mir beim einrichten assistieren sollte und ähm der kam alle 15 minuten vorbei und hat mich da halt eben rummachen sehen und gesagt ja scheinst da klar zu kommen oder ja machen sie mal ihr ding oder machen wir dein ding also bei apple ist alles auch alles sehr höchstpersönlich also da gibt es kein sie da wird man direkt mit du angesprochen finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht weil so kann man auch besser vertrauen irgendwie aufbauen also man ist so als kennt man die leute ewig also zumindest kam es mir so vor also ich muss sagen ich werde es wieder tun ich werde im nächsten na gut im nächsten jahr vielleicht nicht da kriege ich das iphone von der telekom weil da mein vertrag verlängert wird aber das übernächste iphone leute ich gehe wieder in den apple store das ist so eine geile atmosphäre da echte hammer ja genug werbung von apple store gemacht ich packe jetzt einfach mal die verpackung aus ist es normalerweise so dass die in so einer dünnen folie noch eingepackt ist also diese ganze iphone schachtel war die schmeiße ich jetzt auch weg in einer dünnen folie leider fühlt man oben auf dem auf dem auf der schachtel nicht mehr den home button und den und die hörmuschel vom iphone man konnte früher das iphone fühlen richtig wurde die ganzen sachen waren hier hat man einfach nur was drauf geklebt beziehungsweise unter geklebt und hat das mit ja oder halt eben mit zu dünnem papier oder was auch immer das sein soll aber man merkt da auf jeden fall dass da ein iphone ist das ist so eine dünne erhebung vielleicht 0,5 mm oder so wenn man die verpackung aufmacht da würde man zuerst oder es ist es zuerst eine pappschachtel finden in dieser pappschachtel sind die ganzen papiere also quick start und eine einleitung und wenn man das alles rausholt muss ich mal gucken jetzt habe ich natürlich alles rausgeholt hat man hier mehrere wie gesagt mehrere hefte und man hat eine etwas dickere pappe die erkennt man sofort nicht zuletzt daran weil da auch dieser piekser für das sim karten fach drin ist muss ich nur gucken dass ich die sachen wieder in diese hülle krieg also man hat die alles auch ein bisschen besser ich finde diese verpackung hier besser also zumindest dieses wenn man das papier aufbewahrt zwei muss ich extra rein machen das sind ganz dünne zettel sind auch dabei also hier sind drei vier dünne zettel dabei die muss ich extra reinstecken auf dem einen da erkennt man sogar einen aufgeklebten apfel dann kann man fühlen ob das ein sticker ist das ist bestimmt ein sticker oder sticker ist also mehrere drauf also das eine könnte wirklich so ein zettel sein wo stickers drauf kleben mit dem apfel halt drauf geil werden wir ans fenster kleben nee wobei dann wissen die einbrecher was es hier zu holen gibt lieber nicht oder ich sage ich bin so arm ich kann mir nur die ich kann mir nur die sticker leisten gut gut tue ich das mal wieder in die verpackung rein hier zack so legen wir das mal zur seite dann normalerweise würde jetzt das iphone kommen da habe ich diese schutzfolie aufgehoben wenn man das iphone doch mal wieder einpacken muss darunter jetzt wird es interessant darunter haben wir gleich den netz stecker von apple den kennen wir und dann haben wir noch eine kleine neuheit die kopfhörer sind nicht mehr in so einer plastische schatulle finde ich ein bisschen schade jetzt ist es wirklich nur noch so eine verpackung also wenn man ich glaube wenn man die ausgerollt hat dann kann man diese verpackung wegschmeißen weil ich glaube nicht dass man die kopfhörer dann auch richtig rein kriegt es sind übrigens die lightning kopfhörer also die haben ein lightning anschluss und aber es gibt noch ein lightning adapter mit einer 3,5 klinkenbuchse ist alles in dieser kopfhörer verpackung drin und dieses kabels aber sehr sehr dünn muss ich sagen also ein wirklich stabilen eindruck macht das nicht ja und er soll auch nicht so gut sein also zum musikhören er soll irgendwie habe ich gelesen von der qualität her der sollte qualität sehr ab mindern also da habe ich nichts gutes drüber gelesen über diesen adapter muss ich leider sagen ich selber habe es noch nie gehört jedes ohr hört ja auch anders das kommt noch hinzu aber irgendwas soll mit den wandlern da nicht in Ordnung sein also in Ordnung die sollen halt nicht so wirklich gut den klang rüberbringen ob es nun so ist weiß ich nicht wer klassik hört der würde das bestimmt sofort hören weil wer klassische musik gerne hat der hat auch eine gute anlage ja da haben wir hier die kopfhörer wie gesagt das ist dieser lightning anschluss man reißt die verpackung auf und kann die dann einfach also da ist so ein kleber dran man könnte sie theoretisch auch wieder einrollen in die verpackung aber das glaube ich ist doch ein bisschen sehr mühselig die muss man hier raus drehen so ein bisschen die sind in dieser pappe so ein bisschen verknickt so sieht das aus und dann eben ja also man kriegt sie definitiv nicht mehr in die verpackung rein weil das ist alles nur noch festgeklebt hier also wenn man die kopfhörer befreit hat bekommt man sie niemals wieder in die verpackung rein das sei denn man hat wirklich so viel geduld man musste an den seiten gibt es so kleine laschen da kann man dran ziehen man sollte also nicht am kabel ziehen nein 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 so und dann aber die kopfhörer kabel sind ein bisschen ja moment ich naja na gut vom klang her also die sind auch so ich habe wer mein iphone podcast über das 5s kennt da habe ich auch die headsets vorgestellt also das headset von apple und das ist hier so ähnlich nur hat eben dass es nur lightning ist also mehr ist das wirklich nicht ja aber das doofe ist halt eben dass man die kopfhörer nicht mehr wirklich transportfest einpacken kann das finde ich ein bisschen schade weil diese packung wo die kopfhörer drin waren die ist jetzt kaputt zumindest so dass man die schwer zusammenkleben kann also ich werde die auch wegschmeißen die verpackung die fliegt gleich mal mit in den müll ja das finde ich ein bisschen traurig es ist auf der anderen seite so apple will ja auch was für die umwelt tun zumindest so ein bisschen denke ich und da haben die hat eben auf ein bisschen plastik verzichtet was ja auch nicht schlimm ist ich meine ich selber mag diese kopfhörer eh nicht wirklich und von daher werde ich sie auch kaum mal woanders mit hin nehmen dann haben wir noch in einem unteren fach das offen haben wir das netzkabel für das iphone das ist auch wieder mit so pappmaschen festgemacht also die zieht man einfach ab und dann das macht man auf der macht man auf beiden seiten jeweils vom kabel und auch dieses schmeiße ich weg aber was ich sagen muss entweder kommt es mir nur so vor oder dieses kabel ist irgendwie ein bisschen dicker geworden ich muss sagen dass dieses kabel irgendwie dicker geworden ist finde ich ja es kommt mir zumindest so vor ein bisschen widerspenstiger aber gut es kann für den anfang kann das normal sein so war ja mein so waren ja so sind ja die apple kabel immer so ein bisschen widerspenstig wenn man die kriegt dann gehen die sofort wieder auseinander aber das nutzt sich nach der zeit sowieso ab ja viel geblieben ist von der verpackung gar nicht also das meiste ist dann irgendwie zerrissen oder aufgerissen worden man kann ja auch nichts anheben also unten drunter ist nichts ich weiß da mal lieber nicht dann rum wobei man da unten noch viel einpacken hätte können ja ok dann würde ich sagen mache ich die verpackung wieder zu lassen natürlich die diskenschutz folie also diese mitgelieferte folie drin und dann würde ich sagen kommen wir doch einfach mal jetzt direkt zum das geht aber nicht so also so geht das nicht jetzt jetzt will die verpackung wirklich zugehen ok ok dann gehen wir jetzt mal zum iphone ich lege mal meinen olympus darunter und habe das iphone jetzt darüber ich mache es mal die anna stimme an ich zeige euch jetzt mal den lautsprecher eins also unten der nach unten strahlt jetzt mal die hörmuschel ob man das jetzt so gut hört weiß ich nicht aber ich denke mal ja also die stimme klingt auf jeden fall bassiger und somit auch finde ich ein bisschen angenehmer also nicht mal so quäkig was ich aber sagen muss das ist mein einzig großer kritikpunkt den ich an dem iphone 6 7 plus habe das stereo ist eigentlich kein richtiger stereo es ist ein stereo lautsprecher verbaut ich zeige euch das mal was ich meine ich halte es mal rüber das kann man sagen das kann man gar nicht richtig zeigen also man hört rechts mehr als links das kommt daher der lautsprecher unten erinnerungen 11 prozent bluetooth verbunden status der untere lautsprecher den der bei jedem iphone gleich verbaut wurde der ist kräftiger als der obere lautsprecher in der hörmuschel finde ich ein bisschen doof erstens verzerrt es den stereo klang und zweitens leute warum hat das apple nicht richtig gemacht ich sagte ja bereits dass der untere lautsprecher nach unten abstrahlt wenn man das iphone hochkant hält dann geht der der sound nach unten und aus der hörmuschel schallt er einem entgegen also das ist kein richtiges stereo bild was man da hat also ich gut ich bin sowieso nicht der typ der sich das iphone jetzt so oder generell so ein htc handy was er guten stereo lautsprecher hat vor den kopf halten würde und damit ein hörspiel hören auf keinen fall damit käme ich mir auch ein bisschen dämlich vor und bei dem iphone gut für die sprachausgabe mag es im vorteil sein da klingt die wirklich ein bisschen besser zumal ich auch glaube dass der bass den die boxe hier so verströmen durch das glas übertragen wird daher will ich gar nicht wissen was passiert wenn ich dann meine sicherheitsfolie draufklebe also diese schutzglas folie und ja aber ansonsten wieder der prozessor ist schneller es ist ein 64 bit prozessor und ich habe sogar mal gelesen dass die prozessoren in den iphone schneller sind als in den neuen laptops also das ist doch schon ein bisschen komisch also gut ob das so ist muss jeder für sich entscheiden weil jeder arbeitet mit dem gerät auch anders und jeder hat auch andere ansprüche und stromsparmodus 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 hinweis stromsparmodus bei verwendung des stroms abbrechen weiter machen wir mal an hier so ok ja also ich habe das iphone war zu 90 prozent im store geladen und da habe ich halt die backups gemacht meine uhr eingerichtet und das hat ganz schön akku gezogen aber es hält immer noch ja jetzt zeige ich euch mal die home taste dazu schalte ich einfach mal das iphone moment ich leg es mal auf meinen mp3 player hier hört mal das ist keine mechanik das ist keine mechaniktaste mechanische taste das ist wirklich dieser vibrations druck die man merkt wenn man die taste drückt also toucht also man merkt zwar nicht dass die taste in das gerät geht aber durch diese stoßweise vibration hat man wirklich den eindruck dass man die taste drückt oder wer das kennt wer von euch hörern ein apple gerät hat also ein imac oder ein macbook mit mit einem externen trackpad der merkt das wenn man das trackpad drückt drückt man zwar das trackpad runter für einen halben millimeter oder so aber man merkt dass da was passiert und genau so ist es mit der home taste auch man merkt dass da was passiert man drückt sie zwar nicht wieder wie das trackpad aber man merkt durch die vibration dass sich da was tut das ganze geht natürlich nur wenn das iphone an ist also wenn das iphone aus ist dann dann wird da nichts passieren in der hinsicht wir können es dann mal zum spaß machen sperren wir es mal kalender samstag 24 ausschalten abbrechen abbrechen ausschalten ausschalten einfach ab das ist natürlich auch sehr schön so noch geht es weil es an ist das iphone ist aus und jetzt kann ich nichts mehr machen wenn ich jetzt drücke passiert nichts die wackelt auch nicht die taste die ist fest verbaut und um die taste herum ist ein ganz ganz dünner metallring also das haben sie schon gut gemacht denke ich ja und ich glaube sogar ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht das fühlt sich also der touchscreen an sich fühlt sich ein bisschen kälter an als die taste irgendwie also ich denke es wird aber trotzdem glas sein ich kann mir nicht vorstellen dass sie da ein plaster verbaut haben sollen wobei es fühlt sich so ein bisschen so an also aber ich kann mich da auch irren die uhr wobei die uhr fühlt sich genauso an das könnte dann in der tat sogar safir glas sein so ich schalte das iphone mal wieder an was eben traurig ist man merkt nicht wann das iphone angeht aber man kann es jetzt testen anhand dieser home taste wenn die geräusche macht da fährt es hoch bildschirm vorhang aktiviert code eingeben gut ist natürlich die frage wie das ist ich wenn man das jetzt mal zwangs neu starten muss gut das wird gehen aber wenn man jetzt das iphone in den wiederherstellungsmodus also in diesen wartungsmodus bringen will steckt man bestimmt usb kabel an und was drückt man dann drückt man dann die virtuelle home taste oder ja eins der anderen tasten also da werde ich mir mal das handbuch mal zu gemüte führen das habe ich noch nicht rausfinden können ja ähm ich will jetzt auch nicht alle einstellungen des iphone durchgehen das würde den podcast sprengen es gibt sehr viel neues denn das iphone ist mit ios 10 ausgeliefert worden ich gebe erstmal meinen code ein hinweis kalender samstag noch 10 prozent schließen 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 kalender gut da der strobesparmodus an ist dann hat er mich nicht mehr gefragt bildschirm vorhang deaktiviert bildschirm vorhang aktiviert 10 prozent batterie wird ja wir können ja mal in die bedienungshilfe schauen denn da gibt es einen neuen punkt der dürfte für viele wichtig sein wenn sie das iphone abgedatet oder sich nur gekauft haben einstellungen mit mit nicht allgemein aus hat hat bedienungshilfen home taste ah nee ist sogar noch über den bedienungshilfen die home taste fertig klick widerstand wählen überschrift das ist neu also man kann hier auswählen auf eine der nachstehenden optionen und drücke zum testen auf die home taste eins taste das ist die niedrigste stufe wenn ich die einstelle auswahl 1 ich lege das jetzt mal aufs gerät dann merkt man dass die infektion verschlüsseltes textfeld bearbeite gib das passwort für deine apple id jeffrey wacke e-mail.com warum will ich nochmal das kennwort wissen hier ok ich gebe das kennwort noch eben fix ein und da geht es auch schon weiter so also ich habe jetzt die niedrigste ähm tab oder tab ähm funktion eingestellt 1 jetzt mache ich mal 2 Taste 2 3 tippe auf eine der aus 2 Taste Auswahl 2 da hört man schon klingt die vibration heftiger 3 Taste Auswahl und da merkt man das ist volle pulle Auswahl 3 1 ich mache die mal auf die 1 weil das reicht mir eigentlich schon aus äh man denkt wirklich das ist noch richtig mechanisch statt aber ob wobei es einfach nur noch der vibrations alarm ist der das hier macht tippe auf Auswahl so jetzt gehe ich auf fertig Taste fertig Handlauf TAKAR Home-Tast Bedienungshilfen Ausweich Bedienungshilfen und dann gibt es Größere Z-Tab Tasten Kontrast erhöht Bewegung Einschrecks Interakt Schalter Assistive Touch 3D Touch Anpassungen Taster zum Widerrufe Vibration Anruf Anruf Audio Ausgabe Home-Taste Taste Da gibt es nochmal den Menüpunkt Home-Taste Auswahl Home-Taste Überschrift Auswahl Standard Langsam Am langsamsten Passe das für den Home-Doppel beziehungsweise Dreifach-Klick erforderliche Tempo an Zum Öffnen Finger auflegen Das ist neu Öffne dein iPhone mit Touch-It ohne die Home-Taste drücken zu müssen Öffne dein iPhone Gut Die Funktion ist unter Home-Taste hinzugekommen Wer das iOS-Update von 9.0 gemacht hat auf die 10.0 Der wird merken, dass er die Home-Taste erst drücken muss Bevor er das iPhone entsperren kann Aber man kann eben auch wie in früheren Versionen Wo das schon immer nur so ging Braucht er einfach nur seinen Finger auf den Fingerprint zu legen Also auf den Sensor vom Home-Button Und das geht auch ohne drücken auf Und das war mir sehr wichtig, dass man das wieder einstellen konnte So, wieder entsperren Und dann gibt es hier noch so kleinere Details Man kann jetzt ein Aussprache-Wörterbuch Hat man jetzt für die Voice-Over-Stimmen Man kann das anwendungsmäßig bestimmen Also in welcher Anwendung diese Sprachregel angewendet werden soll Und welche Stimme Auf welche Stimme das angewendet werden soll Oder ob man das für alle Anwendungen und für alle Stimmen machen kann oder soll Das ist jetzt hinzugekommen Und noch so kleine weitere Verbesserungen Es haben sich zwar auch wieder ein paar Fehler eingestichen Man kann zum Beispiel in der Music-App In der Playlist nicht mehr so schön mit dem Rotor interagieren Da fehlt vieles Zum Beispiel Titel löschen Oder Ja Weitere Aktionen halt Ich hoffe, dass das wieder kommt Ja Hab ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich hoffe, nein Also das soll jetzt einfach nur Ein kurzer Einblick in das iPhone 7 Plus gewesen sein Ähm Weitere Podcasts Also die gibt es sogar schon Also einige gibt es davon Ähm Das will ich eigentlich nicht mehr so ausbauen Wie ich das damals gemacht habe Mit dem iPhone 5s und dem iPhone 6 Plus und so Weil das machen andere auch schon Und davon gibt es zu viel Material Das wird für die Hörer auch langweilig Wenn sie nur über das iPhone Dinge berichtet bekommen Aber ich fand das mal ganz nett Ähm Das iPhone 7 Plus auf blauem Dunst gekauft Ähm Und das wollte ich euch einfach mal In dem Cap for Free Podcast Technik Talk vorstellen Kurz und knapp Und somit könnt ihr euch ja auch schon Ein relativ gutes Bild machen, denke ich Musik wage ich mich jetzt nicht wirklich abzuspielen Weil das ist ja alles auch eine GEMA-Frage Sonst hätte ich euch erst einfach mal Ich habe das auch gerade nicht griffbereit Wo ich sagen hätte können Wobei wir können ja mal Radio hören Das ist ja Dürfte ja nicht verboten sein Eines Öffne BB Radio Ich sehe keine App mit dem Namen BB Wenn du möchtest Na gut Dann machen wir eben Die Spotlight Suche Wenn du nicht willst Sportlight Textfeld B N BB BB Radio Auswahl BB Radio BB Radio Volume 75% Einstellbar Zum Anpassen des Werts mit einem Finger Also für Musik klingt das schon ganz brauchbar das Stereo-Bild Das ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Ich freue mich von euch und hoffe euch hat der Crashkurs gefallen Und wie gesagt die Einrichtung der Software hat sich nicht geändert Außer dass man jetzt auf Start klicken muss um wirklich loszulegen Erst dann kann man die Sprache wählen Also man drückt dann zuerst dreimal den Home Button Dann wird Voice Over On gesagt Und dann muss man Gibt es Cancel oder Start Over Oder Emergency Call Also Notruf Ja Das müsste ich vielleicht mal probieren beim nächsten Mal zurücksetzen oder so was das ist und ja Ja Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit unseren weiteren Podcasts und ich wünsche euch auch so alles Gute und viel Freude beim Hören unserer Podcast Ciao Ciao Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http//cap4free.cubus.de Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook und WhatsApp Gruppen auf Instagram y kennen hier bis jetzt hacer mit aron